Seht auf und erhebt eure Häupte, weil sich eure Lösung hat. Tage und Wochen gebückt gelaufen, niedergebeugt von so viel Leid, Krieg und Terror. Manchmal denke ich, den aufrechten Gang, ich habe ihn schon fast verlernt. Wann wendet sich das Leid? Wann kehren Vernunft und Frieden wieder ein? Wie geht es weiter? Was kommt auf uns zu? Die Wolke der vielen Zeugen hier oben in der Sömmarder Petrik-Kirche, sie erzählen mir davon und sie erinnern mich daran. Und sie machen das Aufrichten, das Aufsehen zu einer Leibesübung, innerlich und äußerlich. Und die Engel haben ihre Musikinstrumente mitgebracht und machen sich bereit für den großen Lobpreis. Seht auf und erhebt eure Häupte, weil sich eure Erlösung macht. Weil sich eure Erlösung macht. Alles Gute Leibesübung